Also die neuen Funktionen gerade beim Edge 810 sind das Live-Tracking, also mein Trainer, wenn ich muss das Handy, mit dem Edge 810 koppeln via Bluetooth und dann werden die Daten, ja, meine gesamten Daten, meinen Puls, meine Trittfrequenz, die Wattzahl, Geschwindigkeit, Distanz, all die ganzen Messdaten, die werden übers Handy dann an den Server gesendet und mein Trainer könnte rein theoretisch in Echtzeit sehen, trainiert er jetzt oder trainiert er nicht, trainiert er hart, macht er jetzt genau das, was ich will. Also das kann man natürlich auch an Freunde weitergeben, dass sie einen da verfolgen können, sag ich mal. Das ist eine große Innovation und dann, ja, wenn ich es mit dem Handy gekoppelt habe, kann ich auch mir das Wetter anschauen, also für die nächsten Stunden, wie wird sich das Wetter entwickeln, das ist auch eine sehr, sehr schöne Funktion. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020